Laufenden Leggo Hau mal hier lieber mal ab über die Dächer Sonst nehmen die mich noch ein zu ihrer Gangbang-Rape-Party oder was weiß ich... ... weil ich hier ja am Spiel die einzige Frau bin... Oh Scheiße... Irgendwie Vorführeffekt, ja... Jetzt muss ich aber doch an der Gangbang-Rape-Party teilnehmen... Na gut, die waren jetzt ein bisschen schneller... Also hätte ich mir jetzt, äh... ... mehr erhofft... Okay, das klingt jetzt ein bisschen schwul, aber... ... nicht so tragisch hier... Ja, der war jetzt auch ein bisschen, äh... ... lustig unterwegs... ... bleibt einfach bloß... ... stumpf und dem nicht da trotzdem stehen... So... Das ist immer Scheiße, dass das in den Let's Plays nicht so funktionieren soll... ... äh... ... will... ... wie es eigentlich soll... ... Wetten, ich springe jetzt vielleicht daneben... ... na... ... das war gerade noch so... ... und hier finde ich auch ein bisschen komisch, äh... ... aber... ... ja... ... Fahrrad im... ... okay... ... sieht man nicht mehr, aber... ... zwanzigsten Stock oder so... ... keine Ahnung, warum die das nicht in... ... Keller erstellen oder so... ... vielleicht gibt's hier sowas wie... ... ja... ... in Russland irgendwelche Hobbies... ... dass man mit dem Fahrrad, äh... ... vom zwanzigsten Stock runter springt... ... oder auf andere Dächer... ... nein... ... ach ja... ... immer wieder fahren wir gerne mit dem Fahrstuhl... ... oder auch nicht... ... und weiter geht's... ... so... ... okay... ... äh... ... noch ein Fahrrad... ... ja... ... jetzt sind wir aber schon ein bisschen weiter unten... ... hier kommen wir ja fast noch Fahrrad fahren... ... und das finde ich auch, äh... ... ein bisschen ziemlich dämische Aktionen, also... ... die sind auch alle Runner... ... und der Drake, oder wie der heißt... ... äh... ... soll irgendwo eine Waffe... ... positionieren... ... damit ich die dann im Endeffekt nutzen soll... ... warum zum Teufel... ... macht er das nicht selber... ... es ist doch so, äh... ... ja... ... gibt so Momente im Leben, wo man sich fragt... ... warum zum Teufel... ... mach ich das eigentlich... ... und das müsste doch... äh... ... spätestens der Momente... ... Moment im Phase... äh... ... Leben sein... ... wo sie sich genau... ... diese Frage stellt... ... aber okay... ... ist ja ihr Problem... ... dass die Gebäudes deponieren... ... gleich schwer ist... ... und da wirst du gute Sicht... ... auf Kälte... ... wo ihr habt... ... so jetzt kommt hier wieder so eine Stelle... ... wo ich eigentlich die ganze Zeit... ... nur am Fäh... ... bin... ... und wenn ich das... ... ja wie man vorhin schon gesehen hat... ... wie ich es da verkackt habe... ... äh... ... wird das hier vermutlich... ... wieder nicht anders laufen... ... okay... ... das ging jetzt gar nicht so schlecht... ... aber dafür hart gelandet... ... so über Ratten... ... also... ... ist ja wirklich... ... mit Hygiene... ... haben die es in der Stadt scheinbar nicht... ... und schon wieder... ... warst du vorhin... ... lalalala... ... ich will hier raus... ... uuuuuhhhh... ... auch schon macht die Tür auf... ... es ist oben auf dem Atrium... ... das du gleich erreichst... ... so jetzt darf man ein bisschen... ... auf dem Gerüsten... ... äh... ... ungesichert rumspringen... ... was die... ... deutsche Sicherheitsbehörde dazu sagen würde... ... äh... ... ja... ... mhm... ... das läuft grad schon wieder nicht so... ... wie ich mir das vorgestellt habe... ... so... ... und wenn die Stelle jetzt klappt... ... äh... ... dann bin ich richtig stolz auf mich... ... komm schon... ... schade... ... da wollte ich einmal so äh... ... tun als hätte ich es drauf... ... und... ... dann klappt das wieder nicht... ... dann ist scheiße... ... machen wir das ganze nochmal... ... immer schön in Zeitlupe... ... ja... ... guck eben das so... ... naja gut... ... das... ... muss ich jetzt nicht ewig so machen... ... ich mir immer ein bisschen Zeit... ... aber... ... ihr könnt euch vorstellen nämlich... ... ja... ... so würde das aussehen... ... wenn ich X5 kriegen würde... ... Chris... ... ja mal so gehe ich doch... ... ok... ... ja... ... jetzt war ich schon wieder so drinnen... ... ... jaY... ... dass ich das mal schaffen will... würde... was soll ich... ... dass es dann wieder trotzdem nicht klappt. So, bleibt mal zur Sicherheit mal ein bisschen stehen... ... und machen das Ganze langsam und dann funktioniert das auch. Na gut, dann muss ich das mit dem Angeben irgendwo anders machen. Oder einfach lassen. Mein Let's Plays klappt eigentlich ja ziemlich so nisch. Und irgendwie, keine Ahnung, mit Kopfhören auf ist meine Sicht auch komplett anders. Keine Ahnung warum, aber fokussiere mich auch ziemlich sehr auf die Mitte des Bildschirms hier gerade. Ahhhh! Das ist ein paar Faces in dem Spiel eher wie so ne Eintagsfliege oder ne Halbtagsfliege. Oder wie ne Katze unendlich lebe. Ja, jetzt haben wir eigentlich so den größten Teil überstanden. Krieg ich mal noch ein bisschen näher in der... ... weiß nicht... ... im Lüft und Schach rum. ... und gucken ein bisschen den Ratten zu, wie sie ihre Scheiße machen, wenn wir gerade von Ratten sprechen. Oh man, die Ladezeilen... äh... Ladezeiten nicht im Fahrstuhl. Aber trotzdem hier in irgendwelchen engen Gängen. So, es hätte mich auch gewundert, wenn ich das jetzt überlebt hätte. Ja, aber im Endeffekt zeitlich macht das nicht groß was aus, ob man jetzt da runter springt oder da oben drüber glättert. Und jetzt schießen wir ein bisschen den Konvoi ab, wo die Schwester drin sitzt. Okay, schon mal daneben geschossen. Zweiter Versuch... und geklappt. Achso, scheiße, jetzt habe ich was vergessen. Normalerweise sieht man ja noch so ein Easter Egg, wo so ne riesen Ratte langkommt, aber... ... na gut, das habe ich jetzt verkackt. Oh, sorry, jetzt habe ich schon wieder geglitscht. Achja, und jetzt kommt wieder ne bisschen schwierige Stelle... ähm... ja... auf normal funktioniert das eigentlich gleich beim ersten Mal, aber jetzt auf schwer... Mal sehen, oh scheiße, jetzt bin ich schon wieder vorbeigelaufen. Ja, probieren wir trotzdem, ob es klappt. Ja, äh... das war jetzt nicht so geplant. Versuch Nummer zwei. Wir haben wenigstens jetzt direkt richtig lang gelaufen, dafür aber scheiße gesprungen. Und... na... komm schon, komm schon, komm schon. Ja, nicht perfekt, aber... hat funktioniert. Und damit war das auch schon wieder heute Chapter 8, wo wir sehen uns dann in zwei, drei, fünf Monaten irgendwann... ... falls ich dieses Jahr überhaupt noch irgendwas mache. Kate! Kate! Faith? Ruhig! Effie, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das, das ist Merck, er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenke die Cops ab. Und komm später nach, okay? Und komm später nach, okay? Oh nein! Merck! Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe! Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merck, ich hole jemanden! Einen Arzt! Das bringt doch nichts Faith. Es tut mir leid, Merck. Es tut mir leid. Nein, nicht bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals, Merck. Versprochen. Danke, Kleine. Du bist gesehen! In mir, du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Das macht es dir. Das macht es dir. Du bist ein Mensch. Du bist. Du bist an eine Karte. Und du bist angst. Und du bist ein Mensch. Vielen Dank.